Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Weißt du etwas darüber, ob sie dich jemals betrogen hat? Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Well, yeah, of course, it's all about moving the hips. If I can take this off, it's kind of just all about... Oh, whoa, this is... You know what I mean? Oh, okay, I have to say this. Did you hear some slack? Yeah, oh yeah, it was strong. Und du bleibst direkt hinter uns. Verstanden? Yeah. Alles klar? Ja. Okay, auf drei. Eins, zwei. Na Mädchen, willst du mitfahren? Fährst du mal los, Simon? Ja, sorry, ich muss kurz die Route auf den Navi checken. Vielleicht gibt es ein neues Leben. Ich regrette, dass ich diesen Sock tolle. Okay. Ich regrette das, weil es ist ein Sock. Was für Wild Wild West? Wild Wild West. Ja, ich regrette das wirklich. Ich regrette das auch. Ich regrette Wild Wild West. Ist es wahr, dass du in The Matrix gespielt hast? Weil du willst spielen? Wild Wild West. Ich liebe den Film. Nein, nein, nein. Es ist okay. Es ist okay. Ich verstehe. Ich dachte, dass wir in der Interview wären. Ja. Ich dachte, dass wir in der Interview wären. Aber jetzt sprechen wir über Wild Wild West. Was stört dich? Was mach ich falsch? Das macht dich wahnsinnig. Ich wusste, dass das jetzt kommen musste. Dann hast du dir bestimmt schon genau überlegt, wie du es mir schon beibringen kannst. Schon muss ich dir gar nicht beibringen. Sind ja, wenn du Kleinigkeiten. Manchmal verrennst du dich total in irgendwas, dann komme ich einfach nicht ganz mit. Da fehlt mir die Passion. Aber das ist ja auch eigentlich ganz gut. Du hast etwas für dich. Was ist an Weltfrieden auszusetzen? Ich bin nicht so niedlich. Mach dich nicht lustig über mich. Bitte vielmals um Entschuldigung, junge Dame. Du hast ihn! Du hast ihn unser Herz, scheiße! Vielen Dank.